Das bin ich komplett voll. Das ist der Junge des Presidio, Deutscher Meister, Wolfgang Marian Kühmer, German Natural, Bodybuilding aus Hallen. Zweiter Platz, David Silber, ein Junge Werner aus Kotsdam. Deutscher Meister. Zweiten Kriegslein ist, 32,5, Deutscher Meister, Johann Wagner aus Hamburg. Zweiten Kriegslein ist, 32,5, Deutscher Meister. Zweiten Kriegslein ist, 32,5, Deutscher Meister.